Felix ist Architekt und arbeitet gemeinsam mit seinem Bauherrn an einem neuen Großprojekt. Dabei sind noch viele Fragen offen. Welche Fassadenlösung ist die effizienteste? Welche Fenstertechnik setzen wir ein? Wie gehen wir mit den Anforderungen bei Fluchtwegs- und Feuerschutztüren um? Welches Budget planen wir dafür ein? Wie erstelle ich eine maßgeschneiderte Ausschreibung? Und wer unterstützt mich bei der Umsetzung all dieser Fragen? Zum Glück kann Felix stets auf die kompetente und verlässliche Partnerschaft mit Alu Königstahl und ihren bautechnischen Außendienst zählen. Dieser liefert Felix den Zugang zu spezifischem Fachwissen sowie aktuellen Innovationen und Marktkenntnissen. Die Fachberater unterstützen Felix bei seinen Anfragen nach den passenden Fassaden, Fenster und Türlösungen. Sie helfen ihm auch bei der Kostenschätzung für das gesamte Bauprojekt und bei der Erstellung der Ausschreibungstexte. Zudem kann Felix bei Alu Königstahl bereits in der Angebotsphase aus einer großen Auswahl kompetenter Fachfirmen schöpfen. Und für seine ganz ausgefallenen Entwürfe entwickelt Alu Königstahl sogar individuelle Fassadenkonzepte und spezifische Sonderlösungen. Dieser hochwertige Service von Alu Königstahl garantiert Felix und seinem Bauherrn in jeder Phase des Projektes zu Beginn, währenddessen und auch im Nachhinein viele Vorteile. Sie sparen nicht nur Zeit, sondern auch Geld und können auf eine einwandfreie Umsetzungsqualität zählen. Das Bauprojekt ist dank Alu Königstahl ein voller Erfolg. Das Baubrojekt ist dank Alu Königstahl. Vielen Dank.